Guten Morgen Internet, heute ist Freitag, der 23.01. Ich glaube, auf jeden Fall war ich gerade joggen und es war zu merken, dass ich bei meinen Eltern nicht viel gejoggt bin, weniger gelaufen bin, also einen Kilometer und viel leckeres Essen gehabt. Ich traue mich gar nicht auf die Waage, ich habe garantiert zugenommen, ich gehe da auch nicht rauf. Ich werde lieber dafür sorgen, dass ich die nächsten Tage wieder abspecke und fit werde. Bis zum nächsten Mal. Warum haben Supermärkte 25 verschiedene Wegen-Typen, die alle nicht ineinander passen und schrecklich. Das ist nicht so der erste Mangelgesundvorliebe. Eigentlich wollte ich nur Haarshampoo holen, bisschen Salat, Zahnpasta, Trasiercreme. Mehr wollte ich nicht. Jetzt habe ich 76 Euro ausgegeben, weil ich noch Obst mitgenommen habe und Salat mitgenommen habe. Mehr Salat mitgenommen habe und hier noch was gefunden habe und da noch Tofu und alles mögliche. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe ja noch ein paar Tage frei, jetzt werde ich es schon schaffen, aufzueressen. Da bin ich mir sicher. Ja, komm. Alles so schön bunt. Herbst ist toll. Selbst der Park sieht im Herbst schön aus. Ansonsten ist der eher nicht so. Aber im Herbst, alles schön bunt. Ich finde es super. Ich mag den Herbst. Ernsthaft, ich finde Herbst ganz toll, wenn alles so bunt ist. Dann finde ich Frühling super. Und alles wieder wechselt so. Total schön. Sommer geht so. Natürlich schön warm und so, aber ansonsten. Und Winter ist irgendwie auch ein cooler Monat. Aber auch nur, wenn schneit und richtig knackig kalt ist. So Matschwetter und so ist scheiße. Da ringt die man nicht mit Beinen. Es ist wieder HD-Wetter. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich nenne es immer HD-Wetter oder HD-Blicks. Nur ab und zu im Jahr. Und ich denke mal, das hängt dem Licht zusammen. Also wenn die Sonne günstig steht oder so, keine Ahnung. Dann kommt dann alles ein bisschen schärfer, kontrastreicher vor und bunter. Und so ist cool. Und heute ist das auch wieder so. Ich finde das beeindruckend. Du musst da mal drauf achten. Vielleicht erkennt ihr das auch. Ich habe mir den Salat geschnippelt. Und probiere jetzt mal was Neues aus. Für mich Neues aus. Habe ich so nicht getestet, glaube ich. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Hier ist erstmal der Salat. Riesenschüssel. Und das hier ist Valles. Und wie aus Milcheiweiß, rate ich mir jetzt an. Und mache dann mit meinem Salat rein. Schauen wir mal. Hallo. 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 Ich kann es nicht. Hallo. So schöne Pärschen. Wieso mogliby ich sie dogadać? Ja, aber sie ist schon sterylisiert, nie? Ne, aber sie ist zu alt. Co? Zu alt. Ach, zu alt für kleine Babys. Aber schöne Pärschen, nie? Sie ist fein, der Lustig. Ne, sechs, ja? Ja. Sieht nicht so aus. Ne, 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 ne? Okay, sorry. Nicht viel passiert heute, aber ich habe auch nicht viel gemacht. Das, was wir gesehen haben, war schon das Spannendste. Ansonsten habe ich eigentlich nur hier gesessen und Video geschnitten und Videos geschaut und mich ablenken lassen. Ich werde erst mal ein Video schneiden, sodass ich nicht so weit bin, wie ich eigentlich wollte. Das haben wir mal so. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.